liebe schach community ich hoffe ihr hattet ein schönes weihnachten ich war fünf tage mal komplett auf habe überhaupt nicht gearbeitet wahrscheinlich habt ihr gemerkt es waren alles vor produzierte videos an den letzten tagen und jetzt bin ich wieder zurück und werde natürlich die rapid und blitzschach wm komplett begleiten bis zum 30 dezember ist ja wohl klar begann heute am 26 dezember in samarkand usbekistan die schnellschach wm die ersten fünf runden wurden gespielt magnus karlsen der beste spieler der welt ist dabei auch der beste deutsche spieler vincent kramer wollen natürlich darauf schauen was vincent so macht am ersten tag lief es für vincent nicht so gut er startete mit einer niederlage und liegt nach fünf runden bei drei aus fünf hatte keine überragenden gegner bisher ich konzentriere mich erst mal im ersten video zu diesem turnier auf magnus karlsen erste partie remy dann drei gewonnen dreieinhalb aus vier aber da gab es noch einen anderen spieler und zwar timo garew aus den usa der mit vier aus vier an der spitze lag als einziger spieler dahinter zahlreiche spieler mit dreieinhalb und magnus als elo besta wurde hochgelost ist das schweizer system zu timo garew und das war die spitzenpaarung der fünften runde und die partie schauen uns an ist auch sehr interessant sonst hätte ich sie auch nicht ausgesucht ich weiß es gab mit sicherheit noch viele andere interessante partien aber ich bin sehr spät sehr spät ich habe den ersten tag live überhaupt nicht gesehen weil ich im zug saß gab auch ein bisschen verspätung natürlich generell der bahnverkehr über weihnachten war schon krass aber bei der arbeit das wetter war natürlich eine katastrophe teilweise nur geregnet dauerregen deluxe habe ich so auch noch nie erlebt wenn ich ehrlich bin aber egal ich bin zu hause frohen mutes mir geht's gut und jetzt werde ich die nächsten tage rapid und blitzschach wm natürlich verfolgen und ausführliche berichten wir gehen rein in die partie zwischen karlsson und garew karlsson beginnt hier mit erstens e4 am ende des videos schauen wir auf die tabelle im open und bei den frauen ich hoffe ich vergesse die frauen nicht die sagt dass man manchmal kündige ich dinge an und dann passieren sie nicht wie das bei vielen heißt es so wahrsager ist ich bin kein wahrsager ich will das wirklich wirklich zeigen die tabelle ist auch da ist ja nicht erfunden kommen gehen wir rein e4 e5 springer f3 springer c6 laufer b5 spanisch ich bin ein bisschen verwirrt hier mir zeigt chess.com so ein komisches 2023 an wahrscheinlich die eigene geschichte dieses jahr muss ich nachher mal anklicken was ich dieses jahr geleistet habe auf chess.com a6 laufer a4 d6 das ist übrigens die verbesserte steinitz verteidigung so nennt sich dieser aufbau habe ich selbst mit schwarz paar mal gespielt finde ich sehr interessant warum verbessert weil die ehrwürdige steinitz verteidigung hier mit d6 beginnt ohne a6 mit a6 hat schwarz ein paar mehr möglichkeiten und deswegen verbessert okay ich gehe jetzt auf die feinheit nicht ein ist kein eröffnungsbeitrag a6 laufer a4 d6 naja wer sich für die spanische partie übrigens interessiert ich habe dann mal viel beachtetes video gedreht vor zwei jahren oder so bei der wm zur spanischen partie wo ich alle wichtigen eröffnungsvarianten in dieser wo ich alle wichtigen varianten in dieser eröffnung besprechen einfach die big read spanische partie eingeben und dann kriegt ihr das video so d6 bereitet laufer d7 vor das ist eine der ideen deckt e5 ruchade laufer d7 c3 hier und hier ein kleiner hinweis statt c3 gibt es ja auch turm e1 und in dieser konkreten situation mit dem turm auf e1 ohne c3 ist g5 ein sehr starker zug da gibt es eine ganz berühmte partie zwischen ich meine grischuk und mame jarow die habe ich mal analysiert vor ein paar jahren dagegen da droht g4 sehr stark weil der springer kein kein feld hat er hat kein rückzugsfeld und die felder h4 und d4 sind natürlich von schwarz kontrolliert werden von schwarz kontrolliert deswegen ist g5 ein starker zug warum erwähne ich das nicht einfach so sinnlos hinaus hinaus posaunt weil nach c3 garew g5 spielt an dieser stelle etwas ungewöhnlich denn der springer hat hier noch einen rückzug also es geht hier gar nicht so eine starke drohung und deswegen kann weiß hier d4 spielen natürlich zentrum besetzen g4 sehr aggressiv von gespielt von garew springer e1 zurück jetzt wird der springer schlecht aber schwarz hat die entwicklung vernachlässigt und der königsflügel ist geschwächt hier natürlich schöne löcher hier und schwarz greift weiter an hafen so die sache ist weiß hat seinen königsflügel noch gar nicht geschwächt da gibt es nicht viel anzugreifen sieht natürlich ganz nett aus die bauern damen königsflügel vorzuschieben kann natürlich auf lange sicht auch gefährlich werden aber jetzt erstmal kurzfristig droht erstmal gar nichts was ist hier stark in dieser stelle schluck kaffee aus meiner spartaner tasse zu später stunde f4 ist hier stark folgt dem prinzip ein angriff einen angriff am flügel mit einem angriff im zentrum zu entgegnen zu parieren oder zu kontern sucht euch aus auf jeden fall objektiv stark hier mit diesem riesen zentrum zu spielen für weiß es gibt ja auch einige partien und die engine zeigt auch hier vorteil an für weiß es gibt auch eine partie von garejev die in der datenbank gefunden hat mit diesem zug also garejev hier mit diesem mit dieser variante es ist kein zufall dass er die wählt er hat das schon mal gespielt carlson wählt aber läufer e3 entwickelt einfach den läuft normaler zug läufer h6 das sind kleiner unterschied hier zeigt auch die engine an den schwarzfeld und läufer abzutauschen bei gelegenheit oder nach f4 reinzugehen dame e2 deckt den läufer dame f6 macht druck gegen d4 und carlson entscheidet sich hier das zentrum zu öffnen d schlicht e5 d schlicht e5 öffnet die d linie das ist insofern sinnvoll weil weiß besser entwickelt ist springer d3 liebheugel natürlich mit springer c5 hier und hier wäre lange rochade sehr stark allerdings ist von der ferne nicht so leicht zu erkennen was was auf springer c5 passiert hier hier droht einiges nämlich der einschlag auf a6 springer d7 eventuell das lauferpaar sichern und hier dachte ich im ersten moment ja läufer e8 aber läufer e8 geht halt nicht wegen springer a6 hier das ist zu gefährlich aber was sehr sehr gut funktioniert ist ja das erstaunliche springer b8 einfach zurückgehen den läufer noch mal decken den a6 decken und schwarz hat alles unter kontrolle nach springer d7 springer d7 ist der springer jetzt entwickelt und das ist ausgeglichen ich denke dass hier gareev den zug springer b8 nicht gesehen hat oder nicht genug gewürdigt hat ich habe übrigens zu vergessen zu erwähnen es wird natürlich mit einer bedenkzeit von 15 plus 10 gespielt das ist die rapid wem das ist die offizielle blitzschach bedenkzeit und es sind drei tage 15 runden werden gespielt 15 oder 14 da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher 14 oder 15 auf jeden fall über 13 sogar nur an drei tagen 553 oder 544 wahrscheinlich eher eins von beiden bevor dann am 29 30 blitz gespielt wird so springer d3 was macht schwarz springer g7 nicht lange rochade springer c5 wäre jetzt gut aber karsen entwickelt erstmal den springer okay lange rochade wäre wieder gut aber gareev etwas ungeduldig er möchte angreifen hier mit springer g6 springer f4 den besten spieler hier unter druck setzen ich muss aufpassen nicht mal den der welt den weltmeister zu sagen wobei er ist glaube ich am tier in der rapid weltmeister karten er hat so viele wm titel gewonnen dass ich auch durcheinander komme wann er was mal gewonnen hat auf jeden fall ist er nicht mehr klassischer weltmeister springer c5 greift hier den läufer an den bauern bis 7 läufer c8 zurück ok sind natürlich ein bisschen unglücklich aus turm a d1 weiterentwickeln ich finde das schön wie geduldig karsen spielt er spielt ja nicht g3 oder sowas oder f3 erstmal noch den tour den tour mit spiel bringen springer f4 der springer ist hier zu stark der wird rausgegangen läufer f4 läufer f4 ja schlicht f4 geht nicht wegen e5 hier der springer ist gefesselt schwarz müsste die dame wegziehen und dann springen e4 ist viel zu gefährlich also läufer f4 springer d3 zurück ok jetzt kurze rochade g3 läufer a6 warum er springer d3 zurückgespielt weiß ich nicht bin ich mir nicht ganz sicher aber es ist auch nicht so wichtig eine idee ist natürlich hier nehmen aber macht er jetzt gar nicht man könnte jetzt läufer schlicht c6 spielen und dann eventuell auf e5 nehmen wenn die damen nimmt aber er entscheidet sich ein bisschen anders zu spielen f4 und das ist ganz ganz typisch in solchen konstellationen wenn schwarz hier h und g bauer so weit vorne gespielt hat dann entsteht immer diese felder schwäche auf f5 hier in diesen offenen spielen italienisch oder spanisch also wenn er e und g bauer hier am feld f5 vorbeigezogen sind und auf der f linie entstehen sehr viele schwächen und die öffnung der f linie kommt weiß zugute weil natürlich hier ein turm steht deswegen hätte schwarz die öffnung jetzt nicht zulassen sollen hätte jetzt so was wie b5 spielen sollen läufer b3 und dann auf f4 tatsächlich e5 f3 und hier gibt es eine spannende variante mit springer f3 nicht dame e4 sofort nehmen jetzt dame e4 die dame darf nicht nach g6 wegen der fesselung hier und hier gibt es springer e5 jetzt nicht auf a8 nehmen wegen dame b6 schach und läufer b7 dann ist die dame weg deswegen springer e5 dame f5 dame a8 dame e5 dame f3 laufer g4 ich zeige euch eine lange variante in dieser in diesem video das ist diese hier am ende hat weiß die bessere stellung weil deutlich deutlich aktiv weil er deutlich aktiver steht aber es ist noch nicht gewonnen wegen den unglaublichen läufern ist hier nur eine gewisse remit tendenz am start da so eine lange variante also gehen wir mal zurück hier nach f4 hätte schwarz sowas wie b5 spielen sollen laufer b3 und dann auf f4 und dann mal weiter schauen aber ich gebe zu natürlich eine sehr komplizierte variante gareev entsteht sich für e schlicht f3 um passant und g schlicht f3 und das ist ein großer fehler springer f3 jetzt hat sich die elflinie geöffnet er basierte natürlich seine entscheidung auf dieses laufer g4 mit der fesselung hier sieht ja erstmal gut aus mit dem war mit dem weiß fälligen läufer aber dame g2 einfach geht einfach mit der dame weg dame e6 laufer b3 greift an bevor laufer h3 kommt dame e7 zurück und jetzt kann weiß hier mit h3 den laufer vertreiben laufer e6 zurück und jetzt ganz ganz simpel sprenger h4 und da haben wir das problem dieses typische springer f5 manöver weil dort das feld geschwächt ist laufer e3 schach ok könig a2 tut uns nicht weh dame g5 passiert auch nichts springer f5 jetzt haben wir den horse hier auf f5 wieder raus stark hier ganz ganz typisch laufer ja hier ist der unterschied wenn schwarz nimmt ja gut dann freuen wir uns turm f5 druck gegen f7 der andere turm kommt auf die auf die f linie der h5 ist mehr oder weniger ein kind des todes sagt man so so schön und hier fliegt bald was vom brett und weiß würde ganz ganz schnell gewinnen ok springer f5 läufer b6 stützt den läufer hier h4 dame f6 so jetzt gibt es keinen entscheidenden abzug hier für weiß deswegen erstmal dame e2 den h5 attackieren dame h8 natürlich auch ein trauriges feld für die dame g4 sehr interessant gespielt idee ist natürlich hier wenn die linie geöffnet wird auch nicht schön naja man kann hier nicht nehmen ist sofort matt so 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 und so das ist direkt matt deswegen g4 gut möglich musste karsen auch nicht so viel rechnen es geht weiter mit dame h7 weiß steht inzwischen komplett auf gewinn hier g5 sichert sich noch diese geschichte hier könig h8 springer a6 ja jetzt hängt der a5 was soll man machen damit g6 geht nicht wegen turm f6 schwarz probiert noch läufer b3 a b3 f6 dame a5 der bau aber weg nur der war nicht mehr zu retten aber ist auch gleich vorbei läufer e3 turm de1 greift den läufer an und hier nach f schlicht g5 das ist natürlich ein dicker blunder blackout wollte ich sagen turm f8 turm f8 turm e3 gutstellung bei e gewonnen für weiß unabhängig von diesem einsteller hier und karsen gewann diese partie sicher und was für ihn spricht noch er hatte gerade mal vier bis fünf minuten der fünf minuten überlegt für die partie während karev keine zeit mehr hatte am ende also karsen hier wirklich wie ein d zug super super schnell diese partie nach hause gefahren und jetzt schauen wir mal auf die tabelle nach dem ersten tag fünf runden sind gespielt wir haben vorne fünf spieler mit vier und halb magnus karsen arjun erigaisi der junge inda ivan ciparino der bulgarische großmeister juli der chinesische großmeister und widit den sieger des fiede grand swiss der es in letzter Zeit gut drauf bei widit dieses jahr richtig richtig großen sprung nach vorne gemacht habe ich den eindruck hat sich wirklich schön nach vorne gespielt die elo zahlen hier übrigens lassen die rapid elo zahlen nicht die klassischen elo zahlen und wo ist vincent der drei punkte nach dem ersten tag nach damenmann 49 star da sehen wir auch seine rapid zahl ist bei 26 31 nicht so hoch wie seine klassische zahl aber das caruana direkt daneben drei pünktchen auch nicht schlecht und da ist jemand mit einer wer ist er nur amangeli kasachstan 2012 fide elo da wollen wir reingucken wesendes dass wir schon ein ganz junger spieler zehn elf jahre alt na ja war klar alter lachs der dritte starke leute geschlagen na gut ne 2008 war das 15 jahre 2008 jahre gut so nebenbei bemerkt ihr seht aber ansonsten aus deutschland ist im open sonst keiner dabei meine ich also zumindest keiner der bekannten also ist mir nicht aufgefallen dann gucken wir mal zum rapid women rapid women nach fünf runden wir haben eigentlich nicht die paar für vier runden sind gespielt insgesamt bei den frauen werden nur elf runden gespielt fragt mich nicht warum ich weiß es nicht sind weniger spielerinnen ist aber nicht so wenige dass man keine 13 runden spielen könnte ja gut das könnte ein grund sein 117 spielerin dabei die nara wagen nach dem ersten tag mies dabei eine halb aus vier nicht so gut ist elisabeth peter bei elisabeth spielt gar nicht mit nur die nara wagner spielt mit dann müsste dennis wagen aber den bei den männern dabei sein oder nicht ich gucke noch mal kurz nach fünf runden wenn es dann kein mal jens hier in reise sehe ich hier aber kein dennis wagner gibt es doch nicht ist die nara alleine dahin gefahren flogen sieht so aus oder er hilft ihm mit er macht urlaub wahrscheinlich er spielt nicht mit er macht urlaub kann ich vorstellen dass er nicht mitgeflogen so dass der erste tag bei der rapid wm wollen wir uns nicht ins privatleben der wagner ist ein mission ein mission hier tbg geht uns nichts an morgen geht es natürlich weiter falls ihr irgendeine super coole partie habt die ich natürlich mal zeigen könnte ich kann mir vorstellen während der rapid und blitz wm zwei videos am tag zu produzieren und gerne posten würde mich freuen macht's gut und hab noch schönes rest weihnachten